UNTERTITELUNG Willst du mich heiraten? Ich will jetzt keine Ringe dabei haben. Das ist ein Kudiring. Der ist für besser als so ein echter. Sie sind dafür vorgesehen, meine Professur zu übernehmen. Danke. Gratulation! Sie würden allerdings zunächst in die Hauptverwaltung Aufklärung gehen. Ich verpflichte mich zum Dienst im Ministerium für Staatssicherheit. Dann froh, Herr. Ich will wissen, was genau Langfeld in der BRD treibt. Den paar Zentimeter. So waren wir da und auch nicht da. Luisa Langfeld hat gemäß Anordnung umgehend eine Krebsdiagnose erhalten. Dann los mit dir. Alles in Ordnung? Was ist mit dir, Franz? Du hast mit Luisa Langfeld gesprochen. Was wolltest du von ihr? Ich kann das so nicht. Was kannst du nicht? Fällt es dir schwer, deiner Frau nichts zu erzählen? Bitte stehen sie auf. Du musst mir immer alles sagen. Lass uns zusammen weggehen, ja? Er beleidigt unser Volk! Sie fühlt sich auch einsam. Hör auf! Scheiße, Mann! Willkommen im Club! Willkommen im Club! Willkommen im Club! Willkommen im Club! Hurフ! Willkommen im Club! Ruh! Willkommen im Club! Untertitelung des ZDF, 2020